Advent, Advent, vier Weißbier brennt. Wir spielen euch heute ein Liedl, das ja jeder kennt. Das ja so noch keiner kennt. Ja, aber meine Frau hat trotzdem inzwischen Frieden damit geschlossen. Es kommt aber trotzdem nicht auf die CD. Die wann kommt die? Aber los! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Ja, fast ein Gussmass. Es fehlt nur das Schnass. Das Cola, das Dunkle, beides ist im Glas. Wird's ein Asper oder eine Kirsch? Ja, beides schmeckt einfach besser. Jetzt wird ein Gussmass. Es wird ein Spaß. Aufwächst in die Kehle und lad es aus Glas. Egal ob Asper oder eine Kirsch. Mit jedem Schluck wird ein Durstgrisser. Ja. Ey, lass das schmecken. Mhhh. Das ist doch gut, ne? Ah, das geht gut. Ich möchte ein Lied spielen. Rauh! 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 Schmecken, Leute. Prost. Ich mach mal jetzt auch nicht. In diesem Sinne, bis morgen.